Wir müssen natürlich aber auch mal so klar sagen, so ein Clean-Up oder auch ein Plastikreppel-Clean-Up, wo 50 Tonnen gesammelt wurden, ist einfach ein Fliegenschiss, sag ich mal. Das rettet die Welt ja nicht. Und das ist auch was, womit wir anfangs immer wieder konfrontiert wurden. Was bringt das eigentlich? Das bringt ja nichts. Das ist jetzt aufräumen, es ist morgen wieder da. Und genau das ist der Punkt, um den es nicht geht. Es geht genau nicht darum, die Welt zu retten mit Clean-Ups. Hallo und herzlich willkommen im Ozean-Kind-Podcast zu einer neuen Folge mit Micha und mit mir. Heute möchten wir über unser legendäres Plastikreppel-Clean-Up mit dir sprechen. Genau, also ja, wenn du dich fragst, warte mal, legendär, ich habe davon noch nie Watzungen gehört, was ist das denn? Das ist schlecht. Das ist schlecht, ja. Das wollen wir jetzt mal, diese Wissenslücke wollen wir schließen. Genau, weil wir kriegen natürlich immer wieder Fragen, was ist denn das überhaupt und wie funktioniert das und was ist überhaupt der Sinn dahinter? Und macht das überhaupt Sinn wirklich, irgendwie irgendwo irgendwas aufzuräumen? Und wir finden definitiv, macht das Sinn. Ja, und bevor wir jetzt sagen, was es ist, wollte ich erstmal kurz nochmal eine Geschichte zurückreisen. Ja, okay. Ozean-Kind-History. Ozean-Kind-History, ja. Und zwar war das 2017, ich glaube Oktober. Wir saßen in Thailand, in Bangkok, in so einem Hostel und haben uns erstmal überlegt, okay, bald geht es wieder an den Strand. Wir wollen auf jeden Fall Clean-Ups machen. Wie schaffen wir das, dass noch mehr Menschen mitmachen? Und zwar nicht nur die, die jetzt in Thailand am gleichen Strand sind. War die Geschichte wirklich so? War das nicht so, dass wir schon am Strand waren, auf Koh-Fai-Yam damals? Ja, das war doch danach. Wir sind doch nach Bangkok, nach Koh-Fai-Yam und haben dann aufgeräumt. Aber wollten wir nicht vorher oder war das danach? Geil, dass wir uns... Nein, das war andersrum. Das war andersrum. Wir waren auf Koh-Fai-Yam. Okay, und zwar es gibt zwei Koh-Fai-Yams übrigens. Das nur nochmal kurz zur... Wir waren... In dem Nicht-Touristischen. In dem Nicht-Touristischen, an der Grenze zu Myanmar, ganz im Norden von Thailand. Genau. Und dann war es nämlich so, dass wir dort auch diese Holzhütte hatten. Und wir dann nach Bangkok geflüchtet sind später. Ach ja, okay, siehst du? Egal. So, auf jeden Fall waren wir... Ich erzähle die Geschichte kurz. Ja, genau. Das ist wieder typisch. Okay, wir waren auf Koh-Fai-Yam. Und in so einer kleinen Blockhütte, in der Unterkunft irgendwo am Strand. Und haben da Clean-Ups gemacht. Wir hatten also quasi unseren Haus-Strand, mehr oder weniger. Wo wir jeden Tag erstmal waren und sowieso auch jeden Tag Müll gefunden haben. Ja, weil jeden Tag neuer Müll angespült wurde. Richtig, genau. Wir haben eigentlich die zwei Wochen oder wie lange auch immer wir da waren, damit verbracht. Wir haben uns vorgenommen, okay, wir räumen diesen Strand jetzt auf. Also erstmal von dem, was da lag. Sowieso schon vorher. Das war eine ganze Menge. Und vor allem, was auch jeden Tag aufs Neue angespült wurde. Weil wir natürlich festgestellt haben, okay, wir räumen jetzt hier auf. Und dann sieht es hier an einer Stelle meinetwegen sauber aus. Und am nächsten Tag war wieder was da. So, und wir haben diese ganze Zeit damit verbracht, das da aufzuräumen. Und haben uns dann gefragt, als wir dann in Bangkok waren später... Ach stimmt. Wie kann man das vielleicht noch... Richtig. Sinnvoller aufzunehmen. Ne, läuft, läuft bei uns, genau. Es ist schon wieder so lange. Aber ich hätte schwören können, das war andersrum. Weißt du, dass wir ein schönes Konzept erstellt haben. Ne, 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 nix konzeptiert. Ja, für Ozeankind.tv gab es ja auch keinen Businessplan, ne? Also das ist alles... Gibt es immer noch nicht. ...ist alles gewachsen und learning by doing. Ja, so war es. Okay. Gut, also haben wir dann in Thailand den Müll aufgeräumt und dachten uns, ey, ja gut. Clean-Ups ist ja keine Erfindung von uns, sondern es hat die Menschheit schon lange, lange vorher gemacht. Vor allem im Ausland. In Deutschland war das gefühlt bei mir noch nicht so angekommen. Ich glaube, es gab schon eine Menge kleinerer... Kleinerer Menschen ist gut, aber kleinere Organisationen und lokale Sachen, lokale Initiativen, die ihre Umgebung aufgeräumt haben. So was gab es natürlich schon. Ja gut, den einmal im Jahr Stadtputz. Ja, aber ja, richtig, das sowieso. Das ist ja das, was medial dann auch genutzt wurde oder in der Zeitung dann vorkommt und so weiter. Aber ich glaube, ich meine einfach jetzt diese Lieschen Müller und Hänzchen Klein, die in Finneberg-West irgendwas aufräumen, immer wieder. Nur nicht drüber reden. Die gab es ja schon immer. Das möchte ich ja auch gar nicht den Menschen abstreiten. Es gibt schon seit Jahrzehnten bestimmt immer wieder Privatmenschen, die jeden Müll aufheben, der zwischen die Füße kommt. Ja, genau, genau, genau. Aber irgendwie fehlte uns so die Komplimente. Oder anders. Die Idee war, wäre es nicht cool, wenn wir jetzt hier gerade in Thailand sind und Clean-Up machen, dass an dem gleichen Tag, am gleichen Wochenende überall Menschen, egal wo sie gerade sind, auch einfach Müll aufheben. Weil leider Gottes ist unsere Welt so zugemüllt. Und darüber reden vor allem. Und darüber reden, ja. Und das zeigen, ja, genau. So zugemüllt, dass du nicht mehr, was weiß ich, wenn du in Osnabrück wohnst, an die Nordsee fahren musst, um dort ein Clean-Up zu machen. Sondern du kannst auch in Osnabrück bleiben, vor die Tür gehen und einfach Müll sammeln. Leider ja. So, also Müll ist ja überall, leider Gottes. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das doch größer aufziehen und wirklich einmal pro Monat aufrufen, damit viele Menschen erstmal Müll sammeln und das eben teilen und darüber reden. Und ja, einfach... Zum gleichen Zeitpunkt, das war die Idee tatsächlich. Ja, und das haben wir dann tatsächlich im November... Ich glaube, im November 2017 haben wir das allererste Clean-Up gemacht. Stimmt, jetzt hast du vollkommen recht. Ich hatte auch schon immer recht. Weil wir haben dann, okay, wir hatten die Idee, wir haben... Erst haben wir den Müll aufgesammelt, dann hatten wir die Idee zu dem Clean-Up und dann haben wir uns überlegt, warte mal, es gibt doch im Internet sogenannte Influencer. Ja. Nicht die Krankheit. Lass sie mal fragen. Lass sie mal fragen. Genau, weil es gibt ja damals, hatten wir vielleicht auf Instagram 500 Menschen, die uns gefolgt haben, sind oder so. Und Facebook, weiß ich nicht, auch so irgendwas zwischen 500 und 1000. Und wir dachten, ey, da gibt es doch Menschen, die eine viel größere Reichweite haben, die sich vielleicht auch für das Thema interessieren. Und lass sie doch mal anschreiben. Lass sie doch mal mitmachen. Weil es geht ja nicht darum, ging es uns noch nie übrigens, dass wir sagen, okay, wir wollen unser eigenes Süppchen kochen, sondern wir möchten ja möglichst viele Menschen so schnell wie möglich irgendwie für dieses Thema begeistern und sensibilisieren. Und dass sie selber sagen, ey, ich stehe jetzt hier auf und mache halt bei mir im Umkreis sauber. Ja, dann haben wir tatsächlich so ein paar Nasen angeschrieben. Und ja, das Feedback war so semi. Ist gar nicht vorhanden. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir in diesem Podcast... Nein, wir nennen keine Namen. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Wie komme ich denn dazu? Nein, nein. Die Frage ist jetzt, ob wir die offizielle Version nehmen. Also die offizielle Reaktion mit zurückhaltend und schadend, dass es so ist. Oder ob wir die, wie wir wirklich dachten. Was wir dachten, als wir das gelesen haben? Als wir so die Antworten bekamen. Oder auch nicht. Ja gut, wir sagen das jetzt so, was wir gedacht haben. Also erstmal finde ich, wenn ich eine E-Mail bekomme als Ozeankind e.V. Oder als Michael Schmidt, egal. Ich bekomme eine Anfrage oder eine Instagram-Nachricht oder was auch immer. Dann finde ich es erstmal das Mindeste, dass ich überhaupt antworte. Dass man überhaupt antworte. Ja, so. Und selbst wenn ich nur sage, nee, danke, kein Interesse oder geh mal woanders hin. So. Selbst das. Aber selbst das haben ja manche nicht so nötig. Tatsächlich. Ja. So. Und dann gab es ja noch die, die angeantwortet haben und gesagt haben, so, nee, nö. Interessiert mich nicht. Thema ist mir egal. Ja, oder, nee, ich mache da mein eigenes Ding. Ah ja, genau. Ich habe das dann vor. Ja. Ich habe das vor. Ist gut. Genau. Ja, war aber damals so. Okay. So. Jedenfalls haben wir dann so ein paar Organisationen auch. Also nicht nur Influencer oder Bloggerinnen und Blogger und Bloggerpärchen und so weiter angeschrieben oder gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Aber gerade die, übrigens gerade diese Menschen, die viel, viel unterwegs sind in der Welt, finde ich, und die dann auch noch Menschen erreichen auf ihren sozialen Medien, die könnten, müssten eigentlich so ein bisschen auch eine Vorbildrolle übernehmen, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, das wäre wieder ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Ja, okay. Deswegen fragte ich jetzt gerade, ob wir jetzt dieses Thema... So, auf jeden Fall, am Ende des Tages haben wir halt viele angeschrieben. Es kamen oft gar keine Antworten. Wahrscheinlich haben sie sich gefragt, wer ist denn? Wo ist denn ein Kind? Wo ist denn die beiden Nasen denn jetzt? Ja. Oder aber, es kam eine Antwort, nee, ich mache meine eigene Sache. Oder es kam eine Antwort, nee, ist mir egal. Ja, das waren so die... Und ein paar haben dann logischerweise... Natürlich, also ein paar haben tatsächlich auch mitgemacht. Und es gibt auch welche, die seitdem gar kein einziges Cleanup verpasst haben. So wie zum Beispiel Rumi und Tobi und die kleine Mila von Living Comfort Zone. Zum Beispiel. Die haben wirklich, ja, wir haben, glaube ich, 21 Plastikrebell-Cleanups gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren. Dazu kamen natürlich noch irgendwelche lokalen Cleanups, die wir dann vor Ort tatsächlich organisiert haben. Aber es ist so krass, was innerhalb dieser Zeit alles passiert ist. Wir haben jetzt über 51.000 Kilo Müll gesammelt. Aber wie funktioniert das? Vielleicht müssen wir das nochmal erklären für die Menschen, die uns nicht kennen oder die auch dieses Plastikrebell-Cleanup und die Idee dahinter nicht kapieren oder nicht kennen. Ja, dann mach doch mal. Genau. Wie geht das? Wie funktioniert das eigentlich? Also das mal nur vorab. Also wir hatten ja eben schon gesagt, es geht darum, ortsabhängiges Cleanup zu machen. Unabhängig. Habe ich denn gesagt? Ortsabhängig. Ortsunabhängiges Cleanup. Sagte die, die in Bangkok die Idee. Ja, okay. Ja, genau. Darum ging es. So, und es funktioniert so, dass wir haben dieses Aktionswochenende, das ist meistens das letzte zusammenhängende Wochenende im Monat. Und wir machen das auch nicht ganzjährig, sondern wir verlassen den Weihnachtsmonat zum Beispiel im Dezember aus. Februar bis Oktober, November. Genau. Genau. Also Januar und Dezember lassen wir meistens. Genau. So. Das ist immer meistens das letzte zusammenhängende Wochenende im Monat. Da gibt es diesen Rahmen, da gibt es eine Facebook-Veranstaltung, es wird auf Instagram geteilt und auf unserem Blog findet man auch Informationen darüber. Und an diesem Wochenende gehen jetzt alle, die mitmachen möchten, gehen wo auch immer sie gerade sind, ob sie gerade im Urlaub sind, zu Hause, auf dem Weg zur Kita, egal wohin. Am Wochenende wohl, hoffentlich nicht zur Kita. Ah, richtig. Guter Punkt. Ja. Gehen los, sammeln Müll, machen dafür Fotos und oder wiegen das sogar auf jeden Fall und teilen dann ihre Ergebnisse. In ihrer eigenen Story, weil es geht ja darum, dass... Oder bei Facebook oder per E-Mail oder wir teilen es jedenfalls. Dass es die Menschen sehen, also der Freundeskreis oder den Menschen, die denen dann folgen irgendwie auf ihren sozialen Medien, dass diese Message einfach rausgetragen wird, dass wirklich jeder was tun kann. Ja, und vor allem auch muss, weil gerade, das machen ja sehr, sehr viele Menschen in Deutschland mit. Ja. Und wir als Recycling-Wunderland und wir haben alle überhaupt gar kein Problem, ich lebe aber in einer Matrix-Welt, wir glauben ja, bei uns liegt kein Müll. So, also von daher, deswegen ist es so, umso wichtiger, dass gerade in Deutschland oder gerade in diesen Ländern, die sich auf die Fahnen schreiben, wir sind toll. Oder wir sind besser als andere. Richtig, um den Finger auf andere zeigen und so, diese Länder, so wie Deutschland, dass die, dass da Menschen, mehr, noch mehr Menschen sehen, dass es auf jeden Fall notwendig ist, auch tatsächlich. Und es ist wirklich erschreckend, weil ich glaube, fast die Hälfte von unseren 50.000, kann man das sagen, wurde in den letzten... Nicht fast, sondern die Hälfte. Ja, doch, kommt hinten. ...wurde tatsächlich in Deutschland gesammelt. Gut, jetzt, ja gut, jetzt machen natürlich, wir sind ja nun mal deutsch. Ja, es macht natürlich der Großteil in Deutschland mit und die meisten Menschen reisen natürlich nicht das ganze Jahr durch die Welt, sondern wir sind hauptsächlich in Deutschland, was ja super gut ist. Nichtsdestotrotz. Und darum geht es uns ja aber auch. Nichtsdestotrotz, wenn es die Hälfte ist, 25, also mehr als 25 Tonnen Müll. In Deutschland, in einem Land, das Müllabfuhr hat, Mülltonnen und auch Verbrennungsöfen, wo das dann hinkommt. Ja, eigentlich. Man stelle sich die Frage, wenn wir all das nicht hätten, wie viel Müll dann hier drin ist. Wird es bei uns aussehen wie in Indonesien, zum Beispiel. Oder noch schlimmer? Oder noch schlimmer, weil wir noch mehr Müll produzieren, richtig. Ja, aber wichtiger Punkt, andere Diskussion, anderer Podcast. Das ist mal ein anderes Thema. Was wäre, wenn eigentlich? Das wäre auch mal ein geiler Podcast. Was wäre eigentlich, wenn wir X nicht hätten, Y nicht hätten, wenn wir Verhältnisse hätten in verschiedensten Bereichen, wie in Indonesien, wie in Afrika. Das wäre auch geil. Das finden wir. Warte mal, wenn du das jetzt, der jetzt zuhört, wenn du das jetzt auch interessant findest, dann schreib uns mal eine Instagram-Nachricht oder per Facebook eine Nachricht. Und dann schauen wir mal, ob das auch die Hörer da draußen interessant finden, wenn wir dann über Philosophie sind. Möglich. Ja, okay. Lass mal zusammenfassen. Was haben wir denn jetzt? Wann wir gestartet sind, wie das denn kam, wie das funktioniert. Was der Sinn dahinter ist. Was der Sinn dahinter ist. Also erstmal klar, hat Marina ja gerade schon gesagt, dass Menschen es sehen. Sehen, dass andere Menschen Müll sammeln. Ihren Müll möglicherweise auch. Was wir immer ganz gern sagen oder was die Erfahrung uns gelehrt hat von denjenigen, die schon öfter Müll gesammelt haben, ist, dass wenn du tatsächlich einmal in deinem Leben Müll sammelst, Müll aufhebst, dass dir dann danach erstmal der herumliegende Müll bewusst wird. Also nicht dein eigenes, was dir gerade runtergefallen ist, also tatsächlich wirklich runtergefallen, sondern wirklich andere Leute Müll. Einfach Müll, wenn du von A nach B läufst. Und dann sagst du, krass, hier ist es aber ganz schön dreckig. Ja, klar. So, weil das ist das meiste Feedback. Das häufigste Feedback. Das heute, danke. Das hat sich schon komisch angehört, als ich es ausgesprochen habe. Ja, ja. Das häufigste Feedback, was zurückkommt, wenn man sagt, ey, krass, ich habe zum ersten Mal mitgemacht und scheiße, ich sehe jetzt nur noch Müll, egal wo ich hinlaufe. Das ist auch irgendwie ein bisschen eine Gefahr. Das ist so die Gefahr. Und man kann auch im Urlaub nicht mehr am Müll am Strand vorbeigehen. Das kann ich generell nicht. Ja, aber dann erst recht nicht. Ja, ja, klar. Also früher dachtest du, okay, ist dreckig, sieht scheiße aus. Irgendwer weg bestimmt irgendwann mal. Genau, legst du dein Handtuch halt drei Meter weiter hin, jetzt so mal übertrieben gesagt. Aber das ist so Vorwarnung, wenn du einmal teilnimmst an einem Bastik-Gribbel-Clean-Up oder, scheißegal, an irgendeinem anderen Clean-Up, dir wird danach auffallen, wie viel Müll eigentlich rumliegt. Und dir wird, glaube ich, danach wirklich bewusst, was für Dinge du konsumierst, wie viel Verpackung du vielleicht auch einkaufst. Und das ist, glaube ich, so der Einstieg in so ein umweltbewussteres, mühreduzierteres Leben, weil du tatsächlich in Berührung kommst mit dem ganzen Kram, was überhaupt weggeschmissen wird. Richtig. Und deswegen sind ja auch unserer Meinung nach Clean-Ups sowas wie eine Einstiegsdroge tatsächlich irgendwie. Ja, das ist der erste Schritt. Richtig, weil, jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Sinn der Sache. Ich dachte, ich habe den Sinn jetzt schon gesagt. Ja, 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 doch. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass, wie Marina gerade sagt, Clean-Up ist, dann sieht man erst mal, einmal Clean-Up gemacht, dann sieht man das erst mal alles. Es geht auch um den Müll, klar, der weg muss, gar keine Frage. Aber der verschwindet ja nicht. Der verschwindet ja nicht. Nicht in Luft, wenn ich es jetzt aufhebe. Richtig, sondern es geht auch vor allem darum, Menschen zu zeigen, dass es ein Problem gibt. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Und glaub mal, wenn ich mich da zurückerinnere, jetzt, wo wir zuletzt auf Elber waren, wo ich mit diesem kleinen Jungen, wir haben ein Clean-Up am Strand gemacht und ein kleiner Junge, wie alt war der? 4, 5, 5, 4, 5, ist mit seinem Eimerchen. Also voller Strand, Hauptsaison im August. Ja, genau, Touristen, voller Touristen. Und der kleine Junge mit mir zusammen im Clean-Up, also wir haben mit mehreren Leuten, aber ich war zusammen mit diesem kleinen Jungen da am Clean-Up, haben da mitgemacht. Und er hatte so einen kleinen Eimer, ich glaube auch von Frozen, so einen Frozen-Eimer. Und ist halt, denen ist es ja egal, diesen Kindern, diesen kleinen Kindern. Und die sind halt, der ist halt mit mir durch die Touristen gelaufen, mehr oder weniger da, wo die ganzen Touristen waren. Und hat neben den Liegen von den Touristen, wo die sich gerade hier schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, hat einfach die Zigarettenkippen aufgesammelt, die Bonbonpapiere und so weiter. Und hat immer gesagt, und noch eine, und noch eine, und noch eine. Und ich glaube mal, wenn ein kleines Kind mit einem Eimerchen, während du Domurlaub bist, neben deinem Regestuhl langläuft und Müll sammelt, macht das was im Kopf von erwachsenen Menschen. Ich hoffe es. Ja, also wenn nicht, dann ist dir aber auch nicht mehr zu helfen, meine Meinung. Ja, klar. Also, aber das ist was, worum es auch geht bei Clean-Ups. Ich finde, der Müll muss weg, klar, aber es geht vor allem um Bewusstsein. Ja, und die Sensibilisierung des eigenen Handelns oder halt nicht Handelns. Also es geht darum, ey, ja, du musst nicht warten, bis die Politik jetzt irgendwas verbietet oder so. Du darfst auch selber mal Müll aufsammeln, auch wenn es nicht dein eigener ist. Ja, ja, klar. Es tut nicht weh. Du kannst danach die Hände wieder waschen und dir muss nichts peinlich sein. Weil es sind ja auch immer so die Einstiegshürden, logischerweise ist ja auch völlig normal. Nee, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt hier Müll sammle und nee, es ist aber widerlich. Wieso sollte ich den Müll von anderen wegräumen? Ich habe das ja nicht dahin geworfen. Ja. So, die Gedanken sind ja völlig normal. Das ist ja alles gut und schön. Aber ich glaube, wenn wir diese Gedanken weiter haben, tut sich überhaupt gar nichts. Sondern dann sagen wir, ah ja, nö, ich schmeiße doch meinen Müll da nicht hin. Wieso sollte ich den Scheiß aufheben? Ja, aber es ist doch auch deine Umwelt. Es ist doch unsere aller Erde. Es ist doch wurscht, wer wie wo was macht. Ich hatte überlegt, weil ja viele Menschen sagen, dieses, es bringt ja nichts, den Müll aufzuhaben. Weil da kommt wieder der nächste Depp, der es da hinwirft. Ja. Das ist ja eine never ending story. Ja, richtig. Wie geht man da vor? Außer zu sagen, ja, es ist aber auch meine Umwelt. Ja, ich muss es doch jetzt deswegen nicht liegen lassen. Nur weil jemand anders das da hinwirkt. Richtig. Du musst dir die Alternativen-Frage stellen. Es ist genau die gleiche Frage, wie, warum seid ihr in der Umweltschutzorganisation? Was macht denn die Umweltschutzorganisation? Was machen die? Warum machen die das? Und so weiter. Das ist genau die gleiche Frage. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, nichts zu tun und es einfach liegen zu lassen. So. Das hilft aber keiner. Das hilft gar nicht. Und wenn es irgendwo, man muss sich das ja mal überlegen. Du lässt, du siehst irgendwo, wir alle haben das Bild, wir alle haben doch dieses Video gesehen. Und wenn nicht, empfehle ich es jedem, das mal bei YouTube mal zu gucken. Mit der Plastikgabel oder was das war in der Nase dieser Schildkröte. Das war ein Strohhalm. Ein Strohhalm, so. Wenn du irgendwo den Müll liegen siehst, so zum Beispiel ein Strohhalm oder eine Plastikgabel, es gibt auch einzelne Plastikgabel, ist auch egal. Und wenn du das da liegen siehst und lässt es nicht liegen, hebst es nicht auf, dann liegt es da und es stellt weiter eine Gefahr dar. Ja, für die Tiere. Das ist die Alternative. Ja. Lass es einfach liegen. Ja, oder wie der eine Igel, der in irgendeiner McDonalds-Curry-Verpackung steckt und den Kopf nicht mehr rauskriegt. Ja, so. Das passiert, wenn du es liegen lässt. Genau. So. Da hilft alles Lamentieren und Schuldzuweisung hilft alles nicht. Warum geht es gar nicht? Es geht darum, einfach das mal mitzunehmen. Was ist das Problem? Ja, das Thema Selbstverantwortung. Und deswegen haben wir uns wirklich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen mit dem Mordsunabhängigen Plastikrevelclean ab, zu sagen, okay, wir appellieren an deine Selbstverantwortung, an deine Selbstmotivation und also es geht nicht darum, dass du wartest, dass in deinem Dorf jemand quasi die Organisation eines Clean-Ups übernimmt. Das ist schön, wenn es das gibt und das ist wichtig, aber du kannst auch einfach losgehen, auch unabhängig von unserem monatlichen Clean-Ups. Ja, klar, machen ja viele auch in unserer Community, gerade hier in der Facebook-Gruppe. Ja. Guck mal, ich hatte gerade in den letzten Tagen wieder, hier, ich war da, ein Kilo hier, 80 Gramm oder was auch immer. Egal was, die melden ja alles. Ja. Oder wenn sie es auch nicht melden. Also das ist jetzt nicht negativ, ist super, dass sie das alles melden. Genau darum geht es. Ja, darum geht es, selbst wenn du es nicht meldest und einfach es tust, drei, vier Stücke Müll in den nächsten Mülleimer zu werfen. Das ist grandios. Du musst ja nicht über jeden kleinen Kitzel reden und das im Internet teilen, sondern es ist unser großer Wunsch, dass das so in Fleisch und Blut übergeht. Dass wenn da Müll irgendwo liegt, ja, ich hebe es auf, auch wenn es nicht mein Müll ist. Ja, aber ist das nicht, eine andere Diskussion, ist das nicht normal eigentlich? Ja, anscheinend ja nicht. Wie gleichgültig sind denn viele Menschen, dass sie sagen, ja, ja, liegt da halt. Ist halt scheiße. Ja, aber ich mache mir ernst. Ja. Wo sind wir denn da hingekommen? Ja. Kann ich dir nicht beantworten. Beobachte ich auch eigentlich immer am Strand, beobachte das doch ganz oft Menschen, der typische Touri sammelt ja Muscheln, leider. Ja, anderes Thema auch noch, dass man Muscheln liegen lassen sollte, aber nichtsdestotrotz, sie sammeln Muscheln und an vielen Stränden der Welt liegen ja mittlerweile nicht nur noch Muscheln, sondern auch Plastikmuscheln und lassen wir liegen. Wir suchen also die schönen Muscheln. Und lassen den Müll im Sand. Lassen den Müll da liegen. Ja. Das ist doch krank. Eigentlich ist es krank. Das ist ignorant. Ja. Aber wahrscheinlich ist es dann auch so, wenn ich mir so vorstelle. Ne, ich bin jetzt im Urlaub. Genau. Ich habe jetzt, was weiß ich, ein, zwei Wochen meinen Jahresurlaub. Ich möchte diese Zeit zur schönsten Zeit des Jahres machen. Zurecht. Und ich sehe, du liegst dann da am Strand und dich interessiert alles einen Scheiß vielleicht oder so. Und dann habe ich auch keine Lust, diesen Müll zu sehen, wahrzunehmen, auch wenn er da liegt. Aber das sind dann genau die gleichen Menschen, die dann zurück nach Deutschland kommen und jemand fragt, wie war denn der Müll? Ja, schön, aber viel Müll. Genau. Das sind nämlich genau die gleichen, die sagen, oh ja, war ganz schön dreckig da. Ja, klar. Ich weiß nicht, was die da alles machen. Das sind dann genau die gleichen Menschen, die hier es nicht mehr schaffen, drei Stücke Müll in den nächsten Mülleimer zu werfen. Und das sind vielleicht auch die gleichen Menschen, die sagen, wir in Deutschland sind nicht schuld, die Menschen in Asien und Afrika sind schuld. Wobei wir unseren Müll da hinschicken und dann, ja, ich glaube, es sind die gleichen Menschen. Vermutlich. Vermutlich. Wir wissen das ja. Wir haben ja keine Marktforschung durchgeführt. Man weiß es nicht. Nee, richtig. Aber nochmal zu einem Thema, zu einer letzten abschließenden Frage zum Plastikribbel-Clean-Up, weil oft wird ja dann die Frage gestellt, was passiert denn mit meinem Müll, den ich sammle? Stimmt. So, und wir gehen jetzt davon aus, jetzt am 29.02. und am 1. März, an dem Wochenende, findet das allererste Clean-Up statt für 2020, wo du auch herzlich eingeladen bist, selber mitzumachen. Und wenn du jetzt vor deine Tür gehst und sagst, du gehst mal eine Stunde um den Block und sammelst mal den Müll auf, was du siehst, mach das, packst alles in eine Tüte und dann am Ende wiegst du das am besten mit so einer Kofferwaage, das haben wir meistens immer überall dabei. Oder du schätzt das einfach und teilst uns dann die Gewichte mit. So läuft quasi das Prinzip. Und dann, wenn du dich fragst, okay, was mache ich denn mit meinem Müll? Wenn das jetzt nur eine Tüte gemischte Verpackung ist oder so, ja, dann hau es einfach in den Restmüll. Ja. So, weil dieser Müll, auch wenn es jetzt Plastikverpackungen sind, wird vom gelben Sack leider wahrscheinlich auch nur verbrannt, weil wer weiß, wie lange das in der Gegend rumlag. Naja. Ja, das ist natürlich auch, das ist vielleicht auch nochmal die Frage, ob das an die Community oder an die Podcast-Hörerinnen und Hörer, ob das vielleicht auch mal interessant ist, wirklich mal einen Podcast zu dem Thema zu machen, was passiert eigentlich wirklich mit dem Müll? Ich hoffe, dass das interessant ist. Ja, ja, klar. Ich habe da noch einen Interviewpartner im Hinterkopf. Ja, ja, klar. Also, dass man auch wirklich mal weiß, okay, wenn ich jetzt hier die Bonbon-Verpackung von dem MIM-2 aufhebe, dann ist es, ja. Der gelandet im Restmüll. Im Grunde egal, ob ich da, eigentlich müsste es in den gelben Sack, aber da wird es auch verbrannt, also kann ich es doch gleich in den Restmüll legen zum Beispiel. Aber genau dieses Thema. Aber anderes Thema, genau, das sollten wir auf jeden Fall, das würde ich dir mal. Das haben wir auf der Liste. Ja, ja, genau. Was passiert mit unserem Müll und was bedeutet überhaupt Recycling in unserem Müll? Also Restmüll, genau. Also eine kleine Tüte in den Restmüll. Also wir trennen, wenn wir in Deutschland sammeln, nach Glas. Ja, klar. Glas und der Rest ist alles tatsächlich, kommen die Restmülltonne. Wenn du jetzt ein Clean-Up machst und es kommen, weiß ich nicht, hunderte von Kilo zusammen, weil da so eine illegale Müllhalde aufgedeckt wurde, dann würde ich auf jeden Fall mit eurem städtischen Versorger Kontakt aufnehmen, dass ihr sagt, okay, gut, wir möchten ja an dem Clean-Up teilnehmen und wenn das größere Mengen sind, könnt ihr das bitte abholen. Die meisten Städte holen das dann auch ab, weil wäre ja noch schöner, dass sie sagen, ach guck mal, die sammeln freiwillig Müll, die machen unsere Arbeit in Anführungsstrichen und dann kümmern die sich meistens auch darum. Sollte, wir haben es in ganz, ganz seltenen Fällen schon gehört, sollte die Entsorgung des von euch gesammelten Mülls irgendwie in einer Form an diesem Wochenende, an diesem Aktionswochenende jeweils, in diesem Fall 29. Februar, gibt es den überhaupt dieses Jahr? Ja, gibt es. Okay, 29. Februar, 1. März. Sollte an diesem Wochenende die Entsorgung des dort gesammelten Mülls Geld kosten, dann reicht uns diese Kosten ein. Genau, also wir brauchen eine Quittung oder was und meldet uns die zu und dann kriegt ihr die von uns erstattet, weil wir rufen ja genau aus dem Grund dazu auf, es ist gemeinnützig, es ist unser Vereinszweck mit auch, das fließt da auch mit rein und wir freuen uns sehr, wenn du da Teil von der ganzen Bewegung sein möchtest und wir sind sehr gespannt, was jetzt am ersten Wochenende schon alles passiert wieder und was in diesem Jahr noch auf dem Counter alles landet. Also auch wenn du jetzt nicht, Counter haben wir noch gar nicht erzählt, glaube ich, ne? Wahrscheinlich nicht. Auf unserer Webseite www.ozeinkind.de, da ist ein Counter, der läuft schon seit, ja, 20, 17 August. So, da sind wir jetzt bei 51.000 Parts zerquetschte und der läuft natürlich immer weiter, unabhängig davon, von den jeweiligen Monats-Clean-Up. Also wenn du jetzt auch, du sagst, du hörst den Podcast heute und sagst, ah, morgen gucke ich einfach mal auf meiner normalen Route, was da für Müll liegt und sammle das, mach das. Wenn du es dann 1, 2, 3, 4, 5 Kilo und sagst, ja, die sollen da auf den Ozeinkind-Counter, dann, ja, lass es uns wissen und dann packen wir das auf den Counter. Genau. Ja, und sonst freuen wir uns auf jeden, der wieder mitmacht. Ja, wir haben viele, viele Wiederholungstäter innen und Täter. Ja, wir sagen ja, das ist eine Einstiegsdroge, das macht süchtig, du kannst damit dann irgendwann nicht mehr aufhören. Also keine Beschwerden bitte an uns, wenn du dann sagst, ihr seid schuld, dass ich jetzt nur noch Müll aufhebe. Ja, klar. Die Natur würdest du dir danken. Und wir auch. Ja. Du? Ja. Ja, das soll es gewesen sein zum Plastik-Rebell-Clean-Up. Und wir haben ja so einen Instagram-Kanal. Ah, ja. At ozeinkind-ev. Da würden wir uns riesig freuen, wenn du nach dem Hören dieser Folge einmal rüberkommst zu dem Post von heute und einfach mal deine, ja, Erfahrungen teilst. Warst du vielleicht schon Müll sammeln? Machst du das schon seit 20 Jahren? Oder möchtest du jetzt damit anfangen? Und vielleicht das erste Plastik-Rebell-Clean-Up jetzt am kommenden Wochenende dafür nutzen, einfach mal selbst aktiv zu werden? Ja. Eine Sache noch. Du sagst, es war schon, aber eine Sache habe ich noch. Was auch, was ich ja toll fand, auch in der Vergangenheit, ist immer, sind diese Menschen, die, wie du gerade sagst, 20 Jahre lang Müll sammeln. Diese Menschen, die so lange Müll sammeln schon und sich für die Umwelt einsetzen, aber ganz oft belächelt wurden früher gerade. Und jetzt, aber dann bekommen wir das Feedback, ja, danke, dass es diese Aktion gibt, weil so weiß ich, ich bin gar nicht alleine. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ihr gehört dazu. Ihr seid keine komischen Freaks, wenn ihr das schon ewig macht, sondern es ist großartig, dass ihr das schon so lange macht. Ja, klar. Wir wünschen, mehr Menschen hätten schon so früh angefangen wie ihr vielleicht. Ja, weil wir machen das ja auch erst seit drei Jahren oder so. Deswegen, ja, du bist nicht alleine da draußen. Ja, das ist ein langes Outro. Macht nichts. Wir hören uns. Wir sind ja auch kein normaler Podcast. Das stimmt, wir sind auch kein normaler Menschen. Auch nicht. Ja, so. Wir hören uns dann in der nächsten Folge hoffentlich. Und... Weiß man schon, warum es da geht? Nö. Wie nö? Ja, ich plane das doch nicht so weit im Voraus. Nee, wahrscheinlich sind wir zu der Zeit auf Sansibar und dann wird es wahrscheinlich eine Projekt-Podcast-Folge werden. Ja. Vermutlich. Gute Sache. So, also, teilt den Podcast mit ganz vielen Menschen, dass möglichst viele... Weiterhin, habt ihr ja schon gemacht, fleißig. ...möglichst viele Menschen Müll sammeln, dass es wieder cool ist, sich zu bücken, um Müll aufzuheben. Genau. Infos zum Classical-Kinhab auch nochmal in den Notes. In den Show-Notes, ja. Ja. So heißt das Ding. Ja, so ein paar Links auch vielleicht so zu vergangenen Aktionen und so weiter, wo man mal nachgeben kann. Genau. So, wir sind raus. Für Sie. Tschüssi. Musik行k Hallo. Vielen Dank.